Lass mal Grubbler holen. In Pures Gold gibt es keinen Grubbler. Es gibt keine mythische Waffe. Es gibt aber dafür Combat und alles. Eigentlich gab es ja auch noch 200er Pump, aber jetzt wurde die rausgeholt. Gegen Deagle. Was? Mein Bruder sagt, die ist sehr selten, also vielleicht, also dreimal vielleicht ist sie im Game, sagt mein Bruder so. Also sehr, sehr selten. Also Spasti. Ey, ich geh in das Haus. Oh scheiße, jetzt komm ich da nicht hoch. Ne, genau dann krieg ich ne Beagle, wenn du es sagst, Alter. Tut mir leid. Natürlich krieg ich schon ein Jagdgewehr. Junge, wir haben alle Karma gerade. Ich hab 94, was wollt ihr? Ich glaube, oh Gott. Du kriegst eine kleine Zone und da waren noch 50 Leute an. Ach, endlich ne Auge. Also langsam kriegen wir ein bisschen Grubbler unten. Ist so. Oh mein Gott, Ska. Hä? Oh mein Gott. Ich glaube, der versteht nicht, was Pures Gold heißt. Hä? Ist so. Ja, okay. Es sind fünf Leute, Leute. Fünf. Warte, ich hole mir kurz noch ne Pump. Ich hab ne Taktische, ich komm dir helfen. Ey, ist jetzt nicht euer Ernst. Da können wir mal ne. Wunder. Oh mein Gott, ich hab' zu dir gefallen. Warte, ich komme. Wo ist denn? Ich komm' erst... Warte, wie heißt denn mal im Hype Mar... ...Mo... junge kannst du mir helfen kommt das nur einer und ich halte gegen den und fast tot ja das sind die teammates einer die sind alle low also einer das sind keine marodeurisch gibt es ja da wird direkt runter hast du ein wie denn also einen habe ich habe ich habe alle ich hab den genuss guckt wenn du überhaupt welche hättest ja dann soll er mal aufhören in sein mikrofon zu pusten hier ist ich weiß nicht so früher war ich richtig gut damit ja witzig bist du junger ich hatte gehopst war anders heftig auf jeden ich zwei aber auf jeden fall habe ich den einen kopf hatte keine metz ich schieße einfach und gibt dem erst mal so ein hunderter noskop ach nee wie machen alle leute dass die machen irgendwie immer so sicher was wenn die gleich fünf teams kommen dann kriegst du eine schelle ich kann die doch zu deinem blut er hat eine metz oder da wo wir gefeiert haben junge wer macht hier so viele munitionskisten auf er hat einer viel holz gegner oder aber ich habe kein boot hier sind noch diese kommigen dinger hier und warte ich werfe dem bg zu ähm oh munitionskisten ja ja moin alter genau dann wenn ich runterkomme schießt das hoch ey was ich hab 1029 mon was ist das trinkt doch den bg naja ne ich ich gebe dir nix spaß komm her hier was für eine ich gebe dir gleich eine weil du keine hast ich habe aber jetzt immer noch 875 hat einer schreibung glückwunsch ich hab ein schuss ein schuss er hier liegt niska ne da liegen fünf millionen kann einer zwei bg mitnehmen ja okay aber dann kann einer drei medikits mitnehmen ich hab schon drei helikopter wieso kommen die helikopter eigentlich immer zu uns ey ich hab mein lieblings ähm dings gefunden hier ist ein jagdgewehr ich hab einfach mein lieblingsgranatenwerfer gefunden junger wo ist der maurice kann man überhaupt angeln sicher da ist mein lieblings rocket clown nee kann man nicht man kann nicht angeln ich hab drei bg und sechs minis ich habe eine combat gefunden will die einer und wenn mein bruder will dass die combat hole ja dann hier hol die taktische ich muss ja immer auf ich habe wieder 1029 sein direkt neben uns ist ein helikopter wieso schießt du dir jetzt dahin ja das weiß ich ja das weiß ich Aha, vorher 400, 200. Ey Junge, ähm, will jetzt einer noch muhen? Also, Junge, bei mir sind überall, hier ist wieder Munition, hier ist wieder Munition. Ey, braucht einer, äh, braucht einer snacken? Also, ich hab, äh, 279. Ey, soll ich Infanterie spielen? Spiel doch ne Scheiße dir einfach! Junge Fabrizio, guck mal! Fabrizio, schnell! Was ist das? Oh Gott! Was ist da da? Ihhh, alles schwarz ist ja eh knapp! Das ist wirklich, hier ist einer! Digga, das neuliche Farben, der da ist braun und sagt schwarz, Alter! Kann es sein, dass jeder von uns Minis dabei hat? Ey Gegner! Komm, du doch zu uns! Guck mal, wo du bist! Du bist am Arsch der Welt! Ich hab da recht! Ey, hier sind auch noch Softpacks! Nimm die mit! Nimm die mit! Ey, da oben sind wieder Gegner! Ja, Glückwunsch! Hey, hier waren doch grad noch welche, wo sind die alle hin? Ja, frag mal, warum? Ich brauch, ich brauch sie selber! Kannst du weggehen? Wo? Ja, du kannst dich da hinsetzen! Komm hier auf! Hä, aber ich, Fabrizio, du hast selber gesehen, die waren gerade noch Gegner! Okay! Ja, die mögen dich halt! Ja, die ist da so ein bisschen in die weggehen, weil die schwitzen! Ah, hey! Oh mein Gott, ich hab nichts gemacht! Ey, bei mir ist ein Gegner! Hab ihn! Junge, wer snipet auf mich? Nur mal so ne Frage! Oh mein Gott, hat er in der Luft! Ey, das Wasser ist so okay! Der hat drei Giggis! Ich auch! Er hat ein 70er-Hit, 70er-Hit! Ey, ich muss das Rocketman schon mal bezählen! Gib schnell! Ich gib voll viel mit dem Hut! Ey, der hat einen Hut, der hat, äh, Hunderter! Ey, er hat eine Rocketman, ich hab einen Schuss! Ah, endlich mal wieder Rocketman! Oh! 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 Die sterben vielleicht, Alter! Oh! Oh! Die sind... Hä? Wie können die denn bitte noch, äh, wie heißt's? Geben, oder? Von... Links, Muddys! Ich weiß, Muddys kommen bis nach hinten! Hä? Ja! Will ich fassen? Ah, endlich mal ein Hit! Wirklich, was ist das für eine Waffe der hat? Ey Leute, mehr Rückenflug, die Sprayen zu viel! Junge, die haben Minikan und alles! Und jetzt? Ich hab einen genockt! Ich... Ich... Ich hab sogar, glaub ich... Ich bin nicht, Leute! Ich geh weg, ne, Leute! Es liegt bei mir! Ich hab wieder einen gehittet! Da! Der... Der ist low! Der ist low! Der ist low! Der ist low! Ich hab ihn! Ja, ich hab den Monat gegeben, gut! Er ist Rocket Moon, ich hab äh, Null Schuss! Ich hab selber Null Schuss! Ich hab selber Null Schuss! Ich hab mir gerade, äh, Rückenmon von ihm! Ey, kannst du mir da ein bisschen geben? Der hatte nix! Ah, doch! Ja, geh nicht mal alleine... Geh doch nicht alleine pushen! Selber schuld! Ey, ich hab mir das Rocket Moon! Ich will aber... Wie viele sind das? Ich weiß es nicht! Es sind, äh, sechs! Ich hab zwölf! Leute, le... Mois geht jetzt nicht so aggressiv rein! Da sind... Oben sind auch also... Ja, warte! Soll ich, äh, Dings machen? Was? Lollst du dich Minigang nehmen? Ja, ich ne Minigang! Leute, pass auf! Links ne noch nur welche! Ich hab ein Gnock da oben! Ja! Ich hab da oben ein Gnockt! Hallo? Wo ich bin? Ja, Junge! Ja, rühlt ihn hoch! Digga, schweiß du jetzt! Sorry, du wohnen was? Nein, ist er... Ey, kann mir einer helfen? Komm! Sorry! Digga, bei uns... Digga, jetzt gehst du? Ich will noch nicht sterben! Sag mir nimmer, komm! Muss ich beweg' dich nicht! Ich hab' da mitkürzt! Ja, ich, äh... WAH! 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 Junge, was ist das? Da... WAH! Jetzt sei leise! Junge, ich... Ich krieg' jeden Kill! Sign up! Bei mir lagen 6 Minis und ähm... 3 Bigis! Da! Das ist der letzte Gegner! Das ist so ein irrenloser Hund! Der tut nur mit Minigun-Spray! Schieß mit Rocket drauf! 1,21,22! Schieß mit Rocket drauf! Der ist tot! Der ist nicht da, der... Er ist da oben, du... Oder muss? WAH! WAH! Ich mach's auch so eben! Das ist ein irrenloser, Alter! Ist so! Mach mal! Mach ich ja nicht! Bei mir... Äh... Bei mir lagen... 4 Minis... 6 Minis und äh... 3 Bigis! Hast du nicht verstanden, was wir gerade gesagt haben, Junge? So ein Minigun-Fight oder was, Alter! Boom! Hey Junge! Ich kann... Äh... Ne, ich raus! Irgendwie! Ah doch jetzt! Warte, äh... Mir... Mir wurden 4 abgestaubt! Hä? Wo die ist, Alter? Guck mal! Ich hab 4 Kills und mir wurden 4 abgestaubt! Ah ja! Gefühlt wurden mir so viel... Hab ich so viel... Ey! Habt ihr schon mal ne Melone ohne Kerne gesehen? Ja, du? Bei mir ist eine im Kühlschrank! Wieso lacht ihr jetzt so? Joga, wieso lacht ihr so dreckig? Ja, weil ich grad was gesagt hab! Äh... Ne, ich glaub ich kann noch... äh... 20 Minuten! Ja, wie geht's? Nein, der Fabrice darf noch 78 Minuten! Ne, er darf noch eine Minute! Nein, ich hab... ich hab geguckt! Da stand 48 Minuten! Halt doch! Hey, könnt ihr jetzt mal bereit machen? Nur mal so ne Frage! Hä? Du bist nicht bereit, Junge! Na logisch hab ich bereit! Sieht man das? Suche nach Match! Digga, du bist nicht bereit! Nein, rück... Nein, ich bin bereit! Da steht rück zur Lobby in 24 Sekunden! Rodal B, Alter! Ey, komm! Bitte bei einer Sekunde direkt rein! Also nicht in die Lobby, sondern... Hey, wann würde das denn gehen? Wenn du tot bist! Ey, du kreier ein 7 Sekunden, Alter! Danke! Wie scheiße ist diese scheiße Lobby? Und jetzt gehen wir einfach... Och, Digga, ich bin jetzt ein... Ich auch! Dann lass einfach nochmal spielen! Odees! Odees! Corona! Was für Corona, ich geb dir gleich Corona! also hast du hast du corona ich hätte den mord getanzt du hast du hast den account gekauft 100 prozent hast du schwarzer ritter hast du zahnseile den wurm was dann zeig noch mal hast hast ja das hat jeder hast du und rast ist ja nein habe ich nicht mehr gesehen jetzt macht die war schneller und jetzt hat die jungen hast du wie heißt du hast gesagt du spielzeit sie sind vier hast du ein og skin hast du irgendwie einen anderen also trifft oder so das kammer das kammer das also dein gesicht ach egal ihr versteht nix dein vater deine familie deine ganze familie und deine freunde deine generation dein leben dein leben du hast ja keins ich habe mehr ehre als ihr du hast ja erst geklaut ich habe einfach zwei pams ja glückwunsch gib mal eine junge drei pams was ist das komm her ich habe es kammer geskammt ich brauche seiner minis oder biggies also ich tun jetzt erst mal pampa muni ich habe 116 hatte ja komm her ja ich habe noch minis ja ich hab hier liegt noch einer ich habe sechs hier sind doch mitgekommen aber ich glaub dir irgendwie nicht dass es heute der season spielzeit ich glaube irgendwie du hast es gibt so eine rapzeit nämlich hier kann man sich tänzer aussuchen muss doch nicht wissen dann holst du dir zahnseine ja okay du weißt es nicht okay du bist echt spieler ähm wart ihr in dem haus oder sind hier gegner also wenn ich hier ein gegner war der war es schloss der übersieht einfach eine truhe hier ist auch noch ein biggie hallo hier ist noch ein biggie er kann einer zwei medikits mitnehmen habe diesen kick mitgekommen oder nicht ich habe ich habe ich habe jetzt mal mein ganzes nut eine pump so ein maschinengang dann ist gar und eine snapper und sechs minis hier liegen auch noch ja helikopter easy solo west kotzte hey hier ist irgendwo eine exp minze ich höre sie ich brauche die ich weiß den habe ich auch gesehen wo der gegner ist bei mir ganz gut unter mir ist auch einer und ein helikopter er macht sirene ich habe ein gesnipet da unten ich habe noch ein gesnipet wo die ich meine ich ist raus meine ich ist raus nein oh mein krasch junge komm her ich schnapp jeden kollege junge die sollen sich mit mir anlegen ich bin der beste schnapper der welt er hat 116 der hielt sich immer er hat mir kommt er kann mir helfen kommen sie haben alle wieder wiederbelebt wiederbelebt alter bis jetzt bei der kraft oder weiter die haben alle wiederbelebt alle alle vier die ich gesnipet alle drei die ich gesnipet habe ich habe jetzt einer helfen kommt ja ihr kommt genau die sollen einfach alle hier reinkommen ich habe keine match mehr wasser ich werde gelasert ich werde gelasert es ist nicht es ist nicht ich habe die alle vier mal geholt nein eine runde schaffe darf ich noch ich habe noch ja eine runde schafft man da noch das waren nur drei ja ach nee das war aber drei ich habe jeden gesnipet den ersten 290er den zweiten 290 er sieht man das hey ja logisch sieht man das nicht endlich macht noch mal tag die ell ja das ist mein lieblings tanz wiederholen die den alter wie denn tanz bitte macht den tanz aber du hast gerade genickt mach das zum galaxy tanz mach jetzt auch das ist ja aber so schade verlass der mut hast du das ist keine ahnung das wie die junge er hat aber ganz glied Ja, nein, hat der nicht. Bei mir steht immer noch, äh, halb, äh, da, bhtm, äh, äh. Ja, jetzt, äh, da unten steht, äh, hat die Gruppe verlassen. Ich frag mich, ob das nur bei uns steht oder auch bei anderen. Ey, äh, ja, mein ich auch. Ey, äh, geh du in das Haus, ich geh in das andere, okay? Also, ich geh in das. Ich geh in das. Oder, äh, ich geh einfach jetzt in hier, das. Weißt du, was ich an diesem, an diesem Haus hasse ich? Dass immer die Truhen hier so komisch versteckt sind und ich immer einen Kanatenwerfer finde. Hey, es ist aber komikerweise nur ein Typ mitgegangen und gleich sind es wieder fünf. Junge, ich finde wieder einen Rocket Clounger. Was ist das? Und jetzt gibt es hier keine Truhe mehr. Willst du, äh, BG oder hast du schon? Ich hab noch Softfax, endlich. Bei mir war auch keiner. Hier liegt ein Rocket Clounger. Ey, könnt ihr doch den BG? Ey, warte, ich hab Minis. Nein, gönn dir die jetzt. Nicht jetzt gleich. Was ist das für eine Waffe? Infanterie. Warte, dann nimm die Minis mit. Weil ich hab nämlich Softfax. Ich hab auch vier Softfax. Warte, dann gib ihm zwei Softfax. Dann nimmst du die Minis mit. Ja, okay, jetzt. Ich hab den BG. Nein, er hat ja Biggie. Warte, ich mach einfach so. Nee, gönnt ihr jetzt den Biggie. Ja, das ist schlau. Jeder HP zählt. Mach gegen den Granatenwerfer. Nein, der Granatenwerfer ist so OP. Ich nimm mir jetzt einfach mal Infanterie. Ich hab mal richtig Bock drauf. Weil ich hab immer nur Headshots mit dem verteilt. Ich hab wieder sechs Softfax. Ey, warte, komm mal her. Nein, und den kann ich jetzt... Die kann ich jetzt... Ich brauch ne Pump. Wir kriegen nur Scar. Ey, hier ist auch wieder so ein Ding. Ey, ist nicht... Wow. Ich hab auch eine gefunden. Hä, aber der Gegner ist, glaube ich, da oben gelandet. Äh, sechs Softfax und ein Medikid. Ey, ich hab ne Combat. Nein, hol du die zwei Medikids mit, weil ich hab grad ne Combat gefunden. Dann leg die Medikids einfach weg. Dann leg die Medikids dann gleich weg. Hey, ich hab sechs Softpacks. Ey, die Zone. Wir brauchen auf jeden Fall Softpacks. Hey, Junge, der Gegner war hier, aber übersieht fast alle Drohnen. Überall findet man Softpacks. Weißt du, ich verschwende jetzt einfach die Softpacks. So, jetzt hab ich sie verschwendet. Oder, ich weiß nicht, gegen was die MP mitnehmen soll. Der Granatenwäffer ist so OP. Hol... Ne, ich hab... Lass einfach jetzt in die Zone. Hey, aber... Sechs Biggies. Ähm, kommst du? In die Zone? Ich sag dir, wo ne Pumpgang ist hier drin. Kommst du mir, dann kriegst du ne Pumpgang. Alter... Junge, was will der Felix? Aber gestern hast du noch gesagt, ich spiel nicht mit dem Felix. Sei es ehrenlos, lügt nur. Ey, sag nicht, hier war schon Gegner, warte. Ich tue sie jetzt... Pump. Hast du die Taktische oder Combat? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Taktische oder, ähm... Also, ich bin in der Zone. Ohne. Stimmt, gute Idee, dann tue ich das Haus jetzt fahren. Warte, ich tue die Gruppe mal kurz auf öffentlich. Guck. Gegner, oder? Warte, ist das nur einer oder ein Team? Ja, aber wo? Wo ist der Gegner, den du gesehen hast? Ja, dann lass mal auch da so hingehen. Vielleicht treffen wir ihn ja. Außerdem müssen wir da in die Zone. Das hört sich recht an wie so eine Farm aus. Da! Das sind aber mehrere. Also, ich geh auch weg. Das ist uns zu... Doch. Nee. Lauf einfach. Lauf. Junge, ich dachte, das wären so Lostie Boys, die nur zu zweit sind. Wir müssen uns verstecken. Oh mein Gott. Ey, fightest du? Ich komme. Hey Junge, das Aim wurde so hart genervt. Ich komme, ich bin bei dir. Ey, der ist so low. Dieser komische Skinder. Das bist du? Ey, wo sind die? Die Zone. Ich habe geglitscht. Der stirbt aber an Sohn. Ja, ach nee. Wir hatten aber, wir hatten aber zwölf Softpacks. Zwölf? Ja. Und er hatte noch drei Biggies und er hatte sechs Biggies. Nein, ich muss auf. Mein Bruder spielt es nur 48 Minuten, aber das wird mir jemand ankommen. Vielleicht morgen. Tschö. Ich bedrites auf. Vielen Dank.